Das ist immer besonders fies, finde ich, durch diese Bäume. Da. Nein. Natürlich. Super Deckung dort und ich glaube... Ich habe nicht das Gefühl, dass er die jetzt irgendwie leichtfertig aufgeben werden... ...werden wird. Ich weiß, also... Steter Tropfen höhlt zwar den Stein, aber... ...das wird jetzt sogar mir ein bisschen zu lange dauern. Mal gucken, ob er mir jetzt hinterherkommt. Ne, ich bezweifle es. Oh doch, ha! Du Volltrottel! Den Fehler habe ich so oft gemacht und jetzt machst du ihn. Und wirst dafür bezahlen. Ha, ha, ha! Ja, so muss das so laufen. Sie kann ihn zwar nicht sehen, sie kann ihn aber sehen. Ja, wunderbar. Und? Ein oder zwei noch? Einen noch, einen noch. Magic schafft das. Der Baum reicht auch, glaube ich, ein, zweimal noch. Bei dem Zustand. Wunderbar. 97 inzwischen schon. Großartig, großartig, großartig. Oh, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, von wo das kam. Von da unten. Von da unten. Konnte Eis, den hat er. Jetzt hat er gespürt. Jetzt hat er gespürt, wie er von hinten angeschossen wird. Ein bisschen verschwenderisch, aber... Oh, das tat ja... Das tat, glaube ich, richtig viel. Noch einer. Noch einer. Und diesmal ganz fies platziert. Mal gucken, was der Typ davon hält. Cool. Hoffentlich, hoffentlich hat der Typ keine Gasmaske und hält davon ziemlich viel. Yo. Yo. Wir haben ein sehr guter Geschäft. Wir haben nicht für alle die schlechten Mannschaft. So. Dann kann Magic sich mal hier so rumschleichen. No problem. Vielleicht kriegen wir ihn ja von hinten oder so. Von hinten. Was ist das, Raylan? Nur 10.000 Mal getroffen. Na gut, hat auch... Dank der guten Rüstung fast nichts abgekriegt. Yo. Hush up, hört something. No problem. Was ist passiert? Ah, guck mal hier, da. Tatong. Patatong. Das ist natürlich hier mit Eismann. Ah, verdammt. Ich muss mal ein bisschen näher hier rankommen. Vielleicht, dass ich mit Raven ebenfalls hinterher renne. Okay. Vorher irgendein Unsinn passiert. War es jetzt der Typ dort, oder... Weiß ich nämlich nicht. What a drag. Nochmal. Ach, ha. Okay, da haben wir uns jetzt natürlich nicht gerade mit Ruhm gekleckert. Aber was wollen wir machen? Bam, nochmal. Auf die Knie mit dir. Brine. Over there. Okay, einen Schuss hier. Ich hoffe mal, dass es der war, weil sonst... Ne, sonst irgendein. Brine. Du Fiese. Das hast du nicht anders verdient. Sieht aus. Okay, wo sind denn jetzt den Rest? Aua. Okay, okay, okay. Wo wurden wir gesehen? Wo wurden wir gesehen? Okay, weiter runter. Ja. Au. 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 Kopfschuss, Kopfschuss, Kopfschuss. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. So, kurz schauen, ob ich vielleicht hier... ...ein oder zwei Schüsse setzen kann. Einer, ging schon mal nicht. Schön, 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 schön. Raider probiert das Gleiche. So. Hier hin. Zwar nicht die Richtung, wie ich mir gewünscht hätte. Okay. Gut. Magic, ähm... Ist ja draußen für diese Runde, würde ich sagen. So leid es mir tut. Hat er sich sogar richtig hingeträgt, die... ...Schlampe. Scheiße. Na, ich probiere es jetzt mal mit denen, weil, ähm... ...gegen die kann sie sich in der Regel nicht wehren mit einer Unterbrechung. Und wenn sie treffen, hat sie halt weniger Punkte allgemein verfügbar noch. Ja, ungefähr so. Und jetzt... ...sollte für Eis gar keine Gefahr mehr dastehen. Während sie ihm den Rest... ...während sie ihr den Rest gebt. Während er ihr den Rest gebt. Junge. Haben wir's gleich. Magic. Hier, für diese Mission aus dem aktiven Dienst genommen, würde ich sagen. So was? Wieder? Ah! Schon wieder so'n Dreck hier! Meine Fresse, hier. Das kann ich auch. Ha! Mann. Noch mehr. Ja, mich auch. Mäßiges ist für Magic ordentlich, äh... ...Medical-Skill dazu. Wir haben nicht für alle die schlechten Jungs. Ja! 10-4! Pasha, hörst du was? Ja! Entstanden! Ja, entstanden! Entstanden! Aufpassen, dass niemand mit Magic um den Rücken fällt, quasi. Ja, entstanden! Das fängt mich nämlich überhaupt nicht gut an. So. Yo! Nehmen wir an, dass der Letzte hier irgendwo rumlungert. Ja, sowas. Weißt du, soll das der Letzte sein? Ah! Wahrscheinlich auch wieder das passiert. Ich bin sicher, dass ich nur etwas gehört habe. Okay, dann ist hier oben auch noch einer. Ah, so ein Dreck. Das kotzt mich jetzt natürlich richtig an. Na gut, das hat wenigstens einigermaßen geklappt. Raiden ihn sehen, nein, aber das sollte jetzt ausleiten. Einen noch. Oh, schön. Grunty, stellt sich mal am besten hier vor. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass beide, weil die Listen bewegen sich einfach nicht auf Dächer drauf, dass sich der Letzte hier auf dem Gebäude befinden müsste. Ja. Nein? Also dieses, dieser Sektor ist... Dieser Sektor ist echt nicht mein Ding, habe ich das Gefühl. Und zwar sowas von nicht. Ich weiß schon genau, was jetzt passiert. Jetzt kommt nämlich dieser eine Typ, der noch auf dem Dach sitzt, aus seinem Versteck und schießt Grunty um. Nein. Die kam dann from above. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da muss ich jetzt einfach mit den Leuten, die ich so hier habe, Milizen ausbilden. Und das bringt nämlich in den anderen Städten ebenfalls Loyalität dazu. Und hier kann ich noch einen herholen. Aber ich könnte ja... Ich könnte ja werden, dass er unterwegs ist. Wenn wir mal schauen, ob der Hardware-Store inzwischen offen ist und noch ein paar Friedlichter erwerben, dann werde ich zoomen. Er hat versucht zu rauchen, und ist kaputt. Wie niedlich. Wie niedlich ist das denn? Check. Check. Hier gibt's nix Neues. War ja nicht erwartet. Aber wo soll ich, dass wir eine Spektra-Bestin übertragen? Die können wir dann zuhause mit dem Alien-Glipper wieder ausstatten. Mit dem Königin-Glipper. Ach, die kann Sam nicht sehen. So. Ähm. Ne, leider. Leider nichts Gutes dabei. Leider nichts Gutes dabei. Aber wir können hier noch, ähm... Skyrider hier. Was...